Hallo und herzlich willkommen hier bei der verrückten Tee-Party. Äh, ja, die kleine Chantal macht heute ihre Tee-Party und, ähm, ja, wir sind in der rosa Hölle gelandet. Auch hier jetzt im Beratennicht. Und, ja, was will hier die eine... Lady Van Buren nehme ich an. Ja? Wer bist du? Was willst du? Ähm... Mein Name ist Wayne Schlegel. Mein Name ist Wayne Schlegel von der Seefels-Lebens- und Unfallversicherung. Was wollen Sie hier? Es gab hier einen Unfall. Einem Piraten wurde ein Auge ausgestochen. Er muss jetzt ein Holzbein tragen. Es gab da offensichtlich ein Problem bei der Bearbeitung. Ist niemand mehr hier. Bis auf diesen verfluchten roten Piraten und die Elfe, die ihr versteckt. Ah, klasse. Ich finde es ja zu nice, wenn sie hier den Zauberstab ableckt und dann irgendwie so... Und auch dieser, äh, Game of Throne hier nur halt eben mit Zuckerstangen. Also, okay, ähm, Elfe, die haben wir doch, äh, die ist doch in, ähm, im Elfenhain. Elfe? Was für eine Elfe? Eine diebische Elfe. Hat mich bestohlen, während ich mich mit diesen verfluchten Spitzohren herumschlagen musste. Sie waren im Elfenhain? Ich habe gehört, da soll es sehr schön sein um diese Jahreszeit. Wir waren nicht drin. Schutzzauber, gegen die selbst mein kleiner Spatz nichts ausrichten konnte. Wie bedauerlich. Oh. Und dann kommt man zurück nach Hause und ist von diesen verfluchten Gnomen, Ratten und Elfen beklaut worden. Das werden sie büßen. Ähm, okay, ähm, ja, und wieso soll die noch hier sein? Und sie sind sicher, dass die Elfe hier ist? Natürlich! Sie ist mit einem verzauberten Hippogreifen von Seefels aus hergeflogen. Wir konnten ihre Spur bis hierher verfolgen und es gibt keine Hinweise, dass der Hippogreif weitergeflogen ist. Ja, der liegt da auch kaputt auf in unserem Schiff hier. Okay. Ähm. Sie scheinen über erhebliche magische Macht zu verfügen, Madame. Warum holen Sie die Elfe nicht einfach da raus? Glaubst du, ich würde hier meine Zeit verschwenden, wenn es so einfach wäre? Dieser rote Schuft hat uns bedroht. Uns! Er hat da drin eine magische Waffe. Uralte göttliche Magie. Gegen die selbst meine Chantal nichts ausrichten kann. Ähm. Vielleicht könnte ich reingehen und mit dem roten Piraten sprechen. Wir brauchen hier neue Aufgaben. Ich bin Versicherungsmakler. Niemand würde es wagen, einem Versicherungsmakler etwas zu tun. Das ist wahr. Und jede Stunde, die ich hier vergeude, kann ich mich nicht um die Umgestaltung des Landes kümmern. Oh, noch mehr? Hier rein. Überzeuge diesen alten Halunken. Okay, äh, jetzt können wir zum Schluss noch hier ein bisschen rumschleimen, oder? Obwohl, da bin ich gespannt, gerade mit der James-Bond-Stimme. Beeindruckend, was Sie aus dieser Insel gemacht haben, Lady Van Buren. Genau wie in Seefels. Sie und Ihre Tochter sind wahrlich ein Gewinn für das Land. Oh, nun. Ich danke Ihnen. Als Politikerin erhält man viel zu selten den Dank, der einem zusteht. Jahrelang arbeitet man unermüdlich für sich und seine Freunde. Und danken ist einem die Wähler? Nein. Ach, schlimm. Ganz schlimm. Dann darf ich mich entfernen, Lady Van Buren. Ja, ja. Oh. Den Satz wollte ich schon immer mal von James Bond hören. Oh mein Gott. Und unsere Ursula von der Buren. Ah. Ähm, ja. Auch wenn sie hier ihren Hund schlägt. Das ist, ja. Ihren Bettverleger. Das ist, ja, echt klasse. Okay, schauen wir uns mal hier ein bisschen um. Das ist falsch. Beeindruckend, aber falsch. Überall die Herzchen. Das sieht aus wie bei der Herzkönigin. Und vor allem hier diese Halb-Tee-Party. Oh mein Gott. Aber hier haben wir noch ein paar Leckereien. Vielleicht finden wir das hier was. Eine ungesunde, künstlich aussehende, übersüße, fettige Parodie von Nahrung. Großartig. Alter, nehmen wir uns was. Komm. Mh. Was tust du da? Ich, ähm, bewundere die feinen Leckereien. Die sind nicht für dich. Die sind nicht für meine Gäste. Wenn du mitmachen willst, muss ich dich erst fünf machen. Äh. Nein, nein, kein Problem. Ich lasse einfach meine Hände vom Essen deiner Gäste. Entschuldigung. Okay, ähm, was haben wir denn noch? Wir haben hier den gedeckten Tisch. Da können wir rüber gehen. Es ist alte Kindermagie, dass sie erwachsene Männer dazu zwingen können, sich an winzige Tische zu setzen und so zu tun, als würden sie Tee mögen. Zum Glück bin ich dagegen immun. Ja. Als Ivo mir vom verwandelten Seefelds erzählt hat, konnte ich es kaum glauben. Selbst wenn im Stab der Kleinen die Macht ihres Hexenmeisteropas konzentriert ist, woher hatte er all diese Macht? Ähm, ja, das haben wir... Das ist die drittgrößte Blüte, die ich jemals gesehen habe. Ach, ich könnte... Die Blüte ist zu schön und sie riecht zu gut, als dass man sie einfach in Ruhe lassen könnte. Oh. Okay, äh, hier haben wir... Das ist nicht viel von der Magie der Kleinen verschont geblieben. Der Hammer ist eines der wenigen Beispiele. Ah, dann nehmen wir den gleich mit. Komm, geht. Da wird sie uns hoffentlich nicht verzaubern. Und hier sind noch ein paar bunte Tücher. Bunte Tücher. Sie scheinen keinen bestimmten Zweck zu erfüllen, außer bunt zu sein. Können wir auch mitnehmen. So. Was haben wir noch? Äh, hier gibt es wohl nichts mehr zum Tun. Deswegen schauen wir mal hoch zum Spanner Joe. Was der denn für uns Schönes hat. Nur noch ein Stück, nur noch ein kleines Stück und du hast es! Hey, Vielauge! Nate, schön dich wiederzusehen. Bitte. Wie ich dich kenne, hast du mich nie aus den Augen verloren. Dein Leben war im letzten Jahr nicht uninteressant, das muss ich zugeben. Gute Staffel. Okay, äh, ja. Ich finde es so nett, wenn er immer abgelenkt ist, dann, wenn er irgendwas sagt und dann sich plötzlich auf den Spiegel konzentriert und... Ich hätte halb erwartet, dich verwandelt vorzufinden. Ein riesengroßer Fellball mit großen Äuglein. Die Aufmerksamkeit der Ratsvorsitzenden und der reizenden Chantal konzentrierte sich auf den Palast. Zum Glück. Ich schätze, auch du willst sie so schnell wie möglich von der Insel haben. Ja, er ist halt der typische Voyeur. Okay, ähm... Du weißt, warum ich hier bin? Natürlich. Prinzessin Ivo, schau sie dir an. No. Ist es nicht traurig? Eine Elfe in der Blüte ihres Lebens verschläft ihre besten Jahre. Das werde ich verhindern. Und ich hoffe, dass es dir gelingt. Auf Dauer dürfte der Anblick langweilig werden. Okay, ähm... Ivos Vater meint, ich könnte Ivo nicht gegen den Willen ihrer Mutter befragen. Ich würde eh nicht hören können. Das wäre in der Tat eine schlechte Idee. Wobei ich zu gerne sehen würde, wie der Versuch ausgeht. Wie kann ich Ivos Mutter davon überzeugen, dass sie nicht im Interesse ihrer Tochter handelt? Tut sie das denn nicht? Die Zukunft ist in ständiger Bewegung. Selbst ich kann sie nicht klar in meinen Spiegeln erkennen. Eine mächtige Priesterin wie sie könnte vielleicht mehr sehen. Nur offensichtlich will sie das nicht. Sie hat keinen Zweifel daran, dass Ivo ihr Leben weggeworfen hat. Sie hält es für unmöglich, dass sie mit einem Kind glücklich werden könnte. Oder mit mir. Eine schwierige Aufgabe, die du... Oh, oh, komm schon, Nummer drei. Lauf, komm, ja, ja, Schandetat gewonnen! Ähm... Ivos Schwangerschaft. Weißt du, wer... Naja... Ivo meinte, du seist nicht der Vater. Aber wer ist es dann? Tja, das frage ich dich. Du bist das Orakel mit den hundert Augen. Augen, die blind sind, solange keine spiegelnde Oberfläche in der Nähe ist. Ivo schien selbst recht überrascht von der Neuigkeit. Sie sprach von einem Fluch, der sie getroffen haben könnte. Ein Fluch, na klar. Ähm... Kann ich den Spiegel da haben? Wahrscheinlich nicht. Selbstverständlich nicht. Aber dann könnte ich immer einen Blick auf Ivo werfen. Und vielleicht ist er auch noch für etwas anderes gut. Er ist dafür gut, dass ich sehen kann, wie die Geschichte weitergeht. Abgesehen davon habe ich noch nie einen meiner Spiegel hergegeben. Es sind Sammlerstücke. Du sammelst Spiegel? Okay. Ich ziehe die Frage zurück. Wir kriegen ihn eh nicht. Aber schauen wir uns trotzdem noch mal hier ein bisschen um. Ob es hier noch irgendwas Interessantes gibt. Einige glückliche Kinder, die in einem Garten spielen. Ivos Mutter will nicht wahrhaben, dass auch Ivos Kinder eine glückliche Zukunft haben könnten. Wen kümmert es schon, dass die zukünftige Königin ein uneheliches Kind hat? Naja, außer mich. Aber das hier sieht doch aus wie so eine altägyptische... Also wie Lorem Ipsum, so wie ich es mir vorstelle, oder? Okay. Einige Spiegel zeigen laufend unterschiedliche Szenen. Andere zeigen immer dasselbe. Die Verbindung zweier Spiegel ist manchmal stärker und manchmal schwächer. Dieser hier hat eine besonders starke Verbindung zu dem Spiegel in Ivos Zimmer. Schau dir nur an, wie klar das Bild ist. Tausende Leben spielen sich hinter diesen Spiegeln ab. Tragödien, Komödien und ziemlich viel Alltag. Ja, Big Brother lässt grüßen. Äh, wollte ich gar nicht. Mea culpa. Komm schon. Ähm. Ich wollte gucken, ob ich hier irgendwas kombinieren kann. Einen Spiegel zu deppern. Nein, geht auch nicht. Eine Schleife anbringen. Geht auch nicht. Hören. Was ein Spiegel sagt. Auch nicht. Aber er bräuchte ja eigentlich, mit so vielen Augen bräuchte er ja eigentlich auch viele Ohren, oder? Okay. Äh, schauen wir mal rein zum rosa... Rosa Piraten, sage ich jetzt schon. Zum roten Piraten. Äh, halt! Wow, wow, ganz ruhig. Steck das Ding weg. Nate? Hast du gesehen, was sie mit meiner Insel gemacht haben? Äh, ich finde den Affenzug nice. Ähm. Lass mich raten. Du hast die Insel ein wenig umdekoriert, damit die geflohenen Piraten zurückkommen? Das waren diese kleine Irre und ihre verrückte Mutter. Tauchten ihr auf und meinten, ich solle die Elfe herausrücken. Und du hast ihnen höflich erklärt, dass die Elfe nicht mehr hier sei und du ihnen somit leider nicht behilflich sein kannst? Hab sie rausgeworfen. Dann haben sie angefangen, meine Insel zu verwandeln. Mich hätte es auch erwischt, wenn ich nicht den Kopf hätte. Okay, äh... Wie ich sehe, konntest du wenigstens die Statuen retten. Statuen? Das sind meine Freunde. Sagt es ihm. Freunde! Ich habe sie hier reingeholt, lange bevor die Hexen gekommen sind. Ein Mann sollte nicht alleine sein. Stimmt's, Martha? Stimmt. Stimmt. Ja, ich habe sogar von Leuten gehört, die wahnsinnig geworden sind, weil sie niemanden zum Reden hatten. Kann mir nicht passieren. Ich habe Freunde und es geht wieder aufwärts. Freunde! Verrückt! Verrückt! Ähm... Ja. Die Ratsvorsitzende ist überzeugt, dass Ivo noch hier ist. Ich soll dich dazu überreden, sie herauszurücken. Ich würde sofort tun. Diese Elfe ist mit dunklen Mächten im Bunde. Hast du gehört, was sie über diese unsichtbare Macht, die unser Handeln bestimmt, gesagt hat? Sie... Sie will mich in den Wahnsinn treiben. Von Buren wird mir kaum glauben, dass Ivo nicht mehr hier ist. Du musst dieses Weibsbild von meiner Insel schaffen, Nate. Du musst! Okay, ähm... Ich bin hier, weil ich den Geisterkompass brauche. Nicht, weil du meine Gesellschaft vermisst hast? Nein, ähm... Und weil ich deine Gesellschaft vermisst habe. Aber vor allem wegen des Kompasses. Ein Freund findet ohne ihn nicht den Weg aus dem Reich der Toten. Das ist mir egal. Es ist mein Kompass. Stimmt's, Pierre? Stimmt! Stimmt! Da hörst du's! Ähm, okay, die nächste Aufgabe... Wie wär's damit? Ich schaffe von Buren von der Insel. Dafür leihst du mir den Kompass. Du bekommst ihn unbeschadet zurück. Hm. Du schaffst beide weg von hier? Mutter und Tochter? Das ist der dir. Hm. William, was sagst du dazu? Heute gibt es Bohneneinzupf! Ha! Der William! Immer nur Essen im Kopf, was? Also schön, Nate. Schaff die beiden Terroristen von meiner Insel, dann leih ich dir den Kompass für einen Tag. Abgemacht. Abgemacht! Abgemacht! Okay, ich seh schon, wir müssen den Vogel irgendwie beeinflussen wahrscheinlich oder irgendwie, ja. Ich muss weiter. Bis später. Bis dann! Bis dann! Wir müssen ihn irgendwie hier rausbringen oder ihn irgendwie... Na, schauen wir uns mal ein bisschen um. Vielleicht könnten die Freunde des Roten ihn überreden, mir den Kompass zu geben. Ach, guck mal, ich kann... Besser nicht. Der Rote würde bemerken, wenn ich die Statue verrücke. Okay, ähm... Was haben wir noch? Da haben wir den Medusa-Kopf. Der Kopf der Medusa ist das Einzige, was Van Buren draußen hält. Mit so alter Magie legt sich niemand an, der noch bei Verstand ist. Und Van Buren auch nicht. Okay, hier betrachtet die Statue... Wir sind keine echten Freunde des Roten Piraten. Nein! Dann erklären sie es. Hätten sie ihn darauf aufmerksam gemacht, dass sich sein Verstand verabschiedet hat. Na, okay. Der arme Vogel sieht ziemlich gestresst aus. Hm, wäre ich auch, wenn ich der Alleinunterhalter eines Wahnsinnigen mit Medusa-Kopf wäre. Ach, hier, sprich bitte. Ich frage mich, ob... Du solltest, Nate, den Kompass geben, Prag! Hm? Nate? Warst du das? Ähm... Nein! Betrüger! 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 Ich meine, kein Betrüger, Prag! Ich sehe, dass du es bist, Nate. Einfach andere Leute zu imitieren. Tz! Skandal! 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 Das Spongebabagei. Ähm, was haben wir denn noch? Wir haben hier den Geisterkompass, den können wir auch mal anschauen. Der Geisterkompass. Er kann dem Erzmagier den Weg aus dem Geisterreich weisen. Und hier unser altbekanntes Cocktailbuch. In wenigen Büchern wird so oft nach Weisheit gesucht wie in diesen. Aber ich glaube, sie helfen nur selten. Okay, dann schauen wir mal an, was wir noch kombinieren können. Irgendjemand die Schleife aufhängt? Nein. Irgendeine Kämpfe mit dem Affen? Es gibt ein Sprichwort über Leute, die mit Messern an Schießereien teilnehmen. Und ich habe nicht mal ein Messer. Blume geht auch nicht. Ah, benutze das Dosen. Da müsste ich die Schnur straff halten, damit meine Stimme aus der Dose käme. Und sie wäre dann auch zu leise. Andernfalls könnte ich so für William sprechen, ohne hinter ihm stehen zu müssen. Okay. Und irgendwie hier ein Stock in den Arsch. Nein, geht auch nicht. Brett vorn, Kopf knallen, geht auch nicht. Okay, ich glaube, dann haben wir es hier. Ich finde den Affen zu geil. Der Affe kann gegen die Magie der Van Buren nichts ausrichten. Aber mich könnte er problemlos niedermachen, wenn ich versuchen würde, den Kompass zu stellen. Okay, dann schauen wir raus, ob wir sie irgendwie nochmal überreden können, hier abzumhauen. Was haben wir hier für Möglichkeiten? Äh... Äh... Ich will diese Elfe. Ich will diese Elfe. Bring sie mir! Dann darf ich mich entfernen, Lady Van Buren. Ja, ja. 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 Ähm... Haben wir schon geschleckt? Reden wir nochmal hier mit dem Mädchen. Hallo. Schönes... Hallo, Kleine. Was willst du? Was willst du? Geh weg! Äh... Ich bin Nate. Du bist die Tochter der Lady Van Buren, richtig? Ja! Und du bist nicht zu meiner Party eingeladen. Äh... Party? Ziemlich... ähm... Hübsch, was du aus der Stadt gemacht hast. Habt es alles aus meinem Buch. Und Mama sagt, ich habe künstliches Talent. Künstlerisches. Wobei... Künstlich passt auch. Äh... Wär's nicht lustig, weiterzuziehen und etwas anderes zu verwandeln? Oder zurück nach Seefels zu reisen und ein Nachmittagsschläfchen zu machen? Mama sucht die Elfe, die uns Pistolen hat. Ja, aber... Hast du nicht eigentlich das Sagen hier? Sag ihr doch, du willst woanders hingehen. Ich habe alles für meine Teeparty vorbereitet. Und die Gäste kommen bald. Aber... Äh... Äh... Tee-Party? Eine Tee-Party, hm? Ja, genau wie in meinem Buch. Ich feiere meinen Nichtgeburtstag. Und... Ich habe für den Tisch, den Tee und für Leckereien gesorgt. Jetzt kommen jeden Augenblick die Gäste. Der verrückte Hutmacher und das weiße Kaninchen. Und dann kriege ich Geschenke! Äh... Okay. Ich wäre gern Gast bei deiner Tee-Party. Nein! Du bist kein verrückter Hutmacher und auch kein weißes Kaninchen! Und du bist ein Junge! Und höfflich! Äh... Na hör mal! Ich kann dich hübs machen! Äh... Danke, danke! Nicht nötig! Ähm... Und diesen Hutmacher und das Kaninchen... Willst du die herzaubern? Nein! Es kann nur Dinge verwandeln! Sie kommen von ganz alleine! Ich habe alles genau wie in meinem Buch gemacht! Da müssen sie doch kommen! Ich werde immer sehr wütend, wenn ich nicht bekomme, was ich haben will! Okay! Und alle müssen mir Geschenke mitbringen! Und wenn der Hutmacher und das weiße Kaninchen da sind, kommt Mutter auch rüber! Oder, Mama? Ah! Was, Spätzchen? Wenn dir anderen Gäste da sind, kommst du auch rüber und fängst mir was zum Nicht-Geburtstag, oder? Natürlich, Spätzchen! Sobald ein verrückter Hutmacher und ein weißes Kaninchen auftauchen, bekommst du von mir das tollste Geschenk überhaupt! Hast du gehört? Das größte und tollste Geschenk überhaupt! Ich habe ein ganz schlimmes Gefühl und... Was ist das für ein verrückter Hutmacher, den du erwartest? Ein Hutmacher! Und der ist verrückt! Aha! Und was macht ihn zum Hutmacher? Und was macht ihn so verrückt? Er trägt ein Zylinder und ein buntes Halbstuch! Warum er verrückt ist, weiß ich nicht! Das ist er einfach! Hm, verstehe! Okay! Ich habe ein ganz schlimmes Gefühl und ich sehe hier auch schon zwei! Hm, also Hutmacher, Kaninchen... Ich habe... Ich habe ne... Ein weißes Kaninchen auf einer Tee-Party? Ziemlich ungewöhnlich! Findest du? Ja, und vielleicht solltest du ihm eine Uhr schenken, wenn es nicht bald auftaucht! Nein! Meine Gäste müssen mir was schenken! Ich muss weiter! Ja! Du versäufst mir noch die Gäste! Oh, scheiße! Also, ich glaube, wir haben jetzt unsere Aufgaben! Und ja, äh... Hutmacher und Kaninchen... Ja, wir haben ja schon ein buntes Tuch! Haben wir ja schon! Und das kann ich ja schon anlegen gleich! Oh mein Gott! Ja, aber wie es dann aussieht hier bei der verrückten Tee-Party für die Chantal... Äh... Ja, das erleben wir dann in der nächsten Folge! Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen! Ja, und bis morgen dann! Ciao, ciao!